Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt euch eurer Jimi Hendrix sehen, was wir machen mit der Busch, ne? Und wir spielen... Hallo! ...Stombies auf Spaceland! Ich würde sagen, let's go! Irgendwann in den 90ern, Vergnügungspark. Uh, es hat doppelte Klage! Typisch Willard, diese Spezialeffekte sind der Hammer! Liam! Was? Ich hab doppelte Knarre! Auf geht's! Wuh! Es gibt irgendeinen Erfolg, wenn du Ardolobballons zerstörst. Scheiß, bitte, Tulette, ne? Oh, wunderbar! Das Make-up und die Kleider sind perfekt! Mal sehen, ob uns bitte Schauspieler seid! Strom anmachen! Jetzt geht das Licht an, wo die Sonne nehmt! Scheiß! Achso! Ich hab mich gerade gerollt! Boah! Da kommen meine Freunde! Wie groß ist dieser Ort? Dieser Ort ist sehr groß! Das sieht für mich nicht gut aus! Was ist los? Passt keine Munition mehr! Drei Stoff gesagt! Boah! Gott ist so hässlich! Dieser schöner! Ich kann mir jetzt wenigstens eine Waffe kaufen! Ja, ich schieß gerade alle Luftballons! Was? Ach, weitere Schuss! Ach, weitere Schuss! Ach, weitere Schuss! Wir müssen rutschen, Mann! Rutsche hoch! Rutsche hoch! Rutsche hoch! Rutsche! Ich weiß es auch, Marlon! Komm! Heute machen wir nach links, ne? In Springtoten! Wuhu! Wir sollten wirklich den Strom reinschalten! Bei meiner Fantasie könnte ich damit einfach alles bauen! Ich kann gar nicht in Springtöten, weil ich hin... Warte! Warte! Leichter als ein unangenehmlicher Kämpf! Oh, Samtbrille! Wie ganz? Ihr wollt nach links, ne? Ja! Ich kann reinatzen! Ich kann reinatzen! Ich kann reinatzen! Nimm dich in Acht, Kepler! Ich hab jetzt noch Brille auf! Zeig! Zeig! Ja, ich hab sie bei mir auf, darum seh ich jetzt alles schwarz-weiß! Ich kenn ihn! Ich hab... Ich hab... Braucht denn da niemand! Ich hab den Strom! Kann schon ne Stunde dauern! Nicht bei uns Loops! Schön Optimisches sein! Hier ist Burger King! Hier ist Burger King! Da ist einer! Missgeburt! 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 Du hast ihn weg, Kimmerund! Oh, den Schlag töten garantiert nicht! Wenn man der Logik folgt, muss hier doch irgendwo muniten, falls ihr euch gerade gefragt habt! So fühlt es sich an! Oh, ich hab Geld! Komm hoch! Na, ich hab... Na, warte! Ich hab keine Munition! Souvenärmünze! Ist er an? Jetzt wird gleich mit der Schrottfilme abgerechnet! Spiel drauf! Nice! Ich komme! Eigentlich muss immer einer aufpassen, dass er nicht abgegriffen wird! Guter Schuss! Willkommen auf dem Octonien Hunter Skistand! Viele Punkte bringen Preise! Das ist ja in der M1! Guter Schuss! Gut geschaut! So gut hast du schon in der Luft! Guter Schuss! Du solltest auf keinen Fall vergessen! Komm, mach nochmal! Wir kriegen Ticket-Satzung! Das stimmt ja! Nice Tickets! Die Maschine ist der Fake! Komm später nochmal vorbei! Oh! Du hast die Kamera kaputt gemacht, Mann! Sorry! Nur weil ich fett bin! Nur weil du schwarz bist! Oh mein Gott! Komm! 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 kobe doch wie ich hier weggefickt habe zack ich helfe dir zack 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 wir können unsere position sich an indem wir die fenster verbarrikadieren zack wenn du einen taschenrechner findest, den brauchen wir ich weiß warum habe ich gerade das gefühl ein deja vu zu erleben ah komm mal johon, komm mal johon, komm mal johon ich bin oben ja ich mach mal strom an, oh ist schon an war nie eine option zack stürm ich bin schon richtig gespannt was das bringt ich bin schon richtig gespannt was das bringt toll das radio nein ich habe mir gerade munition ich habe der neue waffe eine schwerkraftgranate teleport alte schwerkraftgranate die 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 ich die bist du alle sind die rutschen offen ich komme hat doch ein bisschen durch wird auch die rutsche hochkonten rutsche Radio! Ein bisschen Mucke. Komm, du musst mal wie die tanzen. Und BAM! Hallo, da steht ein Radio, das explodiert gleich, du. Ach so. Ah! Wieder wegzneidet bist. Ich geh da mal. Rutschen, rutschen, rutschen. Warte. Oh, so ne coole Wasserbahn. Weißt du, noch eine Park-Klasse-Ausflug? Haha, ja. Wenn du wieder zurück möchtest, auf den Orangen schnell Licht zu stellen. Und warten. Nicht auf das hier. Das ist anders. Das schießt dich. Stell dich mal drauf und warte. Okay, lass rutschen, 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 rutschen. Er wirst uns wirklich anstellen hier, ne? Okay, ich nehm, ich nehm Gelb. Da ist am meisten Blut drauf. Wuiiii. Ich hätte fast meine Brille verloren. Ey, lass Achterbahn fahren gehen, komm. Okay, komm an. Wuiiii. Oh, Sonnenbrille. Oh, Sonnenbrille. Okay, ist offen. Das ist noch nicht. Ja, jetzt, aber ich hab halt Geld reingelegt. Oh, ich hab ein, äh, Schlag, also wie heißt dieses Schlag? Schlittchen. Nein. Ein Kindespiel. Wie ist das immer eins? Ich hab ein Ball hier drauf. Ist manchmal ein Ball. Oh, ich hole. Hier ist der Zivililladen. Guck mal, Mauern, 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 Mauern. Arron, wenn du hierher kommst, ne? Komm her, Mauern, komm her! Kaufst du dir diese Capista, guck dir der an! Wunderschön, ne? Stirb Dämon! Geilster Spruch! Hände weg von meinem Stiftehalter! Ich kauf auf, ich bin großzügig hier! Strom ist an, zack! Achterbahn! 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 Ich sitze, komm, steig! Wuuuh! Yeah! Stimmt ja! Der Ton ist ja noch raus! Ich stürm! Ich stürm! Wie schießt deine Anzeige aus? Nein, ich stürm zuerst! Hey, das ist Rad, das Rad ist da unten an! Stürm, 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 Stürm! Hier laufen nur auf seiner Seite! Okay! Clown! Nein! Clowne! Es heißt Clowns! Clowne! Das sind deine Clowne! Achtung, Clowns! Was? Ich bin fast tot! Was, wenn du hier drin stirbst? Ich bin auch fast tot! Ich bin so kurz zum Abkratzen! Ich bin schon mal gestorben an diesem Laser! Nein, ich hab einen verpasst! Ich kann auch weinen! Ich bin es nicht gewohnt zu scheitern! Das war also eure Schuld! Volle Schwarze! Volle Schwarze! Habe ich ihn schwarz getroffen oder was? Du hast meins getroffen! Du hast meins geschossen! Mein Hemd! Ah, ich hab was auf! Ich habe gerade ein Zett geschissen! Wir haben beide 13 Punkte! Laser! Ach, ich hab ihn ausgebaut! Nein! Nein! Ich habe... Ich habe... Ich habe alle gleich viele Punkte! Wuh! Das müssen wir nochmal machen, aber jetzt geht es leider nicht! Das war nice, ne? Also war das Thema Spaceland nicht verpasst! Sagen wir es so! Kaffee! 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 Wuhu! 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 Hey, wo ist denn der Ausgang und Eingang von der Toilette? Bamm! Geht drauf! Lass mal bitte! 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 Sterbe! 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 Ich bin tot! Ich bin auf dem Weg! Komm schon! Komm schon jetzt ehrlich mit dauerlich! Ich lebe! Ich lebe! Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf! Warte! Dann packen Pancstoffe! Ich müssen alle Portale benutzen! Das war alles krass! Komm doch mit! Ich habe Scheiß benutzt! Ja ins. Wir müssen aber alle auf jeden Platz benutzen! Wir müssen aber alle auf jedem Platz benutzen! Wie muss ich alles kommen? Reiner, 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 Zack! Oh, Rian, ab zu Nogga, ab zu Nogga, ab zu Nogga. Öffne das Scheißding, öffne das Scheißding. Ah nein, ich hätte öffnen sollen, sonst hast du kein Geld. Schließ den Zombie ab. Ich brauch Nogga-Geld. Ist down, ist down, ist down. Wau, 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 komm. Weil der Riese kommt. Ein paar Kugeln mehr können nicht schaden. Aber richtig hart. Ich muss kurz den Schwung noch aktivieren. Ja, ich brauch ein bisschen Geld, sie klicke ich mal Zombies. Aber diese Fücher müssen sterben. No, der konnte mich ficken. Boah! Das, ich mir gegen die Wand gelaufe, rückwärts. Ohne Kugeln sind die ganzen Sachen irgendwie nutzlos. Tut mir leid, ich muss jetzt leider verwecken. Ja. Nein! Warum schlägt er sich auf den Boden? Weil er hat sich einfach auf den Boden gelegt. Das war eine weitere Folge von Zombie-Simps-Basen. Danke fürs Zusehen, der kleine Plisser. So! 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 So!